Der Finanzminister wird morgen unseren Finanzminister besuchen. Ich glaube, wir warten einmal ab, was genau die konkreten Vorschläge Griechenlands sind. Deutschland hat seit Jahren eine Politik, die sagt, alles, was wir tun für Griechenland, ist darauf gerichtet, dass wir wollen, dass Griechenland Teil des Euro-Raums bleibt. Und so wird sich diese Politik auch fortsetzen. Die ändert sich von deutscher Seite nicht. Ich freue mich auf das Treffen nächste Woche beim EU-Rat. Mit Herrn Tsipras und was Griechenland anbelangt, kann ich jetzt immer nur wieder dasselbe sagen. Ich glaube nicht, dass sich die Positionen der Mitgliedstaaten des Euro-Raums gegenüber Griechenland unterscheiden. Jedenfalls, was die Substanz anbelangt, nicht. Jetzt ist, glaube ich, wirklich die Stunde, dass erst mal Griechenland sagen muss, was genau ihre Vorstellungen sind. Ich glaube, es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, es ist, glaube ich.